Im Namen des Hirmerkunden sind wir heute in der Münchner Innenstadt unterwegs und wollen mal testen, wie denn unsere neue Kampagne in der Bevölkerung so ankommt. Ästhetisch. Grundtypisch für Hirmer. Erotik. Anders. Hipsterbärte. Bisschen billig, wenn ich ehrlich bin. Cool. Ätzend. I like. Schwarz-Weiß. Traditionelles Haus. Nicht so besonders. Super. Modern. Tristronke. Gefällt mir nicht. Gefällt diese Werbung gut. A little bit surprising actually. Ich hätte halt den Hirmer doch ein bisschen konservativer gedacht. Er müsste doch schöne Klamatten tragen. Mittelprächtig. Geil. Cool. Der soll sich einziehen. Kommt ziemlich an. Vielleicht nicht gerade gedacht. Ja, mutig. Ungewöhnlich. Ja, ist ganz schön, ne? Das ist ein Blickfang. Also mir gefällt das, finde ich toll. Wunderschön.